Ich klopfe an zum heiligen Advent und stehe vor der Tür. O selig, wer des Hirten Stimme kennt und eilt und öffnet mir, ich werde Nacht mal mit ihm halten, ihm Gnade spenden, Licht entfalten, der ganze Himmel wird ihm aufgetan. Ich klopfe an. Ich klopfe an. Auch Menschenherzen sind gefroren. Ich stehe vor verschlossenen Toren. Wo ist dein Herz, den Heiland zu empfangen? Ich klopfe an. Ich klopfe an. Jetzt bin ich noch dein Gast und stehe vor deiner Tür. Einst Seele, wenn du hier kein Haus mehr hast, dann klopfest du bei mir. Wer hier getan nach meinen Worten, dem öffne ich dort die Friedensporte. Wer mich verstehst, dem wird nicht aufgetan. Ich klopfe an. 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 Vielen Dank.